Moin! In diesem Video beschäftigen wir uns mit den Otonen und mit dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Viel Spaß! In unserem letzten Video über die Karolinger und die Teilung des Frankenreiches haben wir uns am Ende ja schon angeschaut, wie die Karolinger Dynastie im Ostfrankenreich ausstarb und schließlich, nach dem Tod von Konrad I. 919, der Ludolfinger Heinrich I. den Thron bestieg. Heinrich I. wurde nun nicht direkt im ganzen Reich gefeiert, besonders die Thüringer, Alemannen und Bayern wollten Heinrich nicht folgen, jedoch gelang es dem König schließlich, diese Aufständischen wieder zu beruhigen. Heinrich konnte es sich nun nicht erlauben, sich über die ganzen Herzöge und Bischöfe zu erheben, indem er sich salben lassen würde, sondern setzte stattdessen auf ein System aus Freundschaftsbündnissen mit den restlichen Machthabern. Dieses System ging auf. Ein besonderes Problem zu dieser Zeit waren die Ungarn, die im Südosten des Reiches ständig einfielen und für Verwüstungen sorgten. 933 konnte Heinrich I. diesen Ungarn mit einem geeinten ostfränkischen Heer eine wichtige Niederlage zusetzen. Als Heinrich im Jahr 936 starb, hatte er sich entschlossen, das neu geeinte Reich nicht wieder unter seinen Söhnen aufzuteilen, sondern seinem ältesten Sohn Otto I. zu hinterlassen. Otto I. war aber nicht so wie sein Vater. Otto wollte wieder wie ein echter König regieren und möglichst viel Macht auf der Krone vereinen, ohne auf die Herzöge Rücksicht nehmen zu müssen. Die fanden das natürlich nicht so cool und fanden auch Unterstützung bei den anderen Mitgliedern im otonischen Königshaus, die bei der Thronfolge übergangen wurden. Otto hatte schließlich das gesamte Gebiet alleine erhalten. Erst im Jahr 954 konnte Otto die inneren Unruhen im Reich beseitigen, ehe ein alter Bekannter wieder auftauchte, die Ungarn. 955 kam es zwischen Otto I. und den Ungarn auf dem Lechfeld zu einer Entscheidungsschlacht und Otto konnte die Ungarn vernichtend besiegen. Otto wollte hoch hinaus und das gelang ihm. Als der Papst in Rom den ostfränkischen König um Hilfe anrief, marschierte Otto fast ohne Widerstand im Jahr 962 nach Rom ein. Dort wurde Otto I. zum römischen Kaiser gekrönt und dadurch zum Schutzherrn des Papstes und der Kirche. Gleichzeitig begann mit dieser Kaiserkrönung das Heilige Römische Reich deutscher Nation zu existieren, das über 800 Jahre Bestand haben sollte. Den Rest seines Lebens verbrachte Otto I. damit, dieses neue Reich zu stabilisieren und die Slaven im Osten zu missionieren. Otto I. starb 973. Otto hatte dafür gesorgt, dass sein Sohn Otto II. reibungslos die Macht übernehmen konnte. Nichtsdestotrotz hatte Otto I. seinem Sohn auch einige Probleme im Reich überlassen. So wollten sich viele Herzöge noch immer nicht damit abfinden, dass Otto als starke Zentralgewalt regieren wollte und ihnen kein Stück vom Kuchen abgegeben wurde. Otto II. gelang es schließlich nur schwer, die Aufstände niederzuschlagen. Im gleichen Jahr 978 kam es auch zu einem Konflikt mit dem Westfränkischen Reich. Streitpunkt war hier Lothringen. Der westfränkische König Lothar hatte Ansprüche erhoben. Lothar wollte Otto II. gefangen nehmen und damit Lothringen erpressen, was ihm jedoch nicht gelang. Im Jahr 980 wurde Ottos Sohn geboren, jedoch kam es gleichzeitig zu Unruhen in Italien. Die Sarazenen, die versuchten, den Islam in Italien auszubreiten, konnte Otto II. dann aber nicht besiegen. Alles in allem lief die Herrschaft von Otto II. also relativ erfolglos ab, besonders im Vergleich zu seinem großen Vater. Bereits im Jahr 983, also mit 28 Jahren, starb Otto II. Sein dreijähriger Sohn Otto III. sollte übernehmen. Otto III. konnte tatsächlich trotz seiner jungen Jahre aufwachsen und im Alter von 16 die Kaiserkrone übernehmen. Er betonte wie kein anderer König, dass seine Herrschaft von Gott gewollt war, weshalb er eng mit dem Papst zusammenarbeiten wollte. In Rom war er jedoch nicht gerne gesehen und hatte ständig mit Aufständischen zu kämpfen. Otto starb sehr früh, vermutlich an Malaria im Alter von 21 Jahren. Er hinterließ keine Nachkommen. In dieser Zeit, wo es keinen klaren Nachfolger gab, reagierte Heinrich II. am schnellsten. Er war ein Nachfolger von Heinrich I., den wir uns am Anfang des Videos ja schon angeschaut hatten. Nachdem er zum Herrscher geworden war, griff er erstmal im Norden ein und beruhigte da die Lage, nachdem Otto III. da nicht so oft vorbeigeschaut hatte. Wie auch sein Vorgänger betonte Heinrich II. besonders seine königliche Würde, die göttlichen Ursprung hatte. Um diese Stellung zu untermauern, blieb ihm schließlich nichts anderes übrig, als sich im Jahr 1014 wie seine Vorgänger in Italien zum Kaiser krönen zu lassen. Im Jahr 1024 starb Heinrich II. ebenfalls kinderlos. Wer nun die Herrschaft übernehmen sollte, war eine offene Frage. Mit dieser Frage haben wir uns schon in einem anderen Video beschäftigt, das findet ihr jetzt hier links eingeblendet. Ansonsten lasst gerne einen Like oder ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat und schaut noch gerne auf unserem Instagram oder in der Videobeschreibung vorbei. Und dann war's das von unserer Seite. Tschö! ... Vielen Dank.